Die Vision ist, dass wir dem Endkunden, das heißt dem Privatkunden, von Verträgen eine höhere Flexibilität einrollen, dass nicht jeder Vertrag 24 Monate laufen muss, sondern dass man selbst die Freiheit hat, nach wenigen Monaten seinen Vertrag loszuwerden. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Handyvertrag und nach 12 Monaten stellen Sie fest, Sie brauchen diesen Vertrag gar nicht mehr. Sie können sich dann auf unserer Internetseite TakeMyContract anmelden, Ihren Vertrag einstellen und diesen Vertrag dann an jemanden anders übergeben. So ein Projekt kann nur erfolgreich sein mit den Nutzern, die auf der Webseite aktiv sind. Sie melden sich also an, stellen Ihren Vertrag ein und dann setzen Sie einen sogenannten Bonus fest für diesen Vertrag. Dieser Bonus wird dann demjenigen ausgezahlt am Ende, der diesen Vertrag übernimmt. Das ist also der Anreiz für einen potenziellen Vertrag Übernehmer. Das wird alles online abgewickelt und ist für den Endkunden sehr einfach. Wir werden Kooperationen eingehen mit den Mobilfunkanbietern in Deutschland, also O2, Vodafone und D1, um eben sicherzustellen, dass diese Vertragsübergabe rechtssicher vonstatten geht. Es wäre schon ein großer Erfolg, wenn wir zunächst in Deutschland etabliert am Markt sind und danach Step by Step das Ganze in weiteren Ländern einführen. Das ist der Anreizher! Untertitelung des ZDF, 2020